Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zum nächsten Unboxing Battle auf meinem Kanal und heute gibt es ein Champions League Unboxing Battle. Ich habe die zwei letzten vergangenen Serien am Start, also nicht die 16, 17er, sondern einmal von Panini die Adrenalin XL 14, 15er Champions League Serie 5 Booster, also ein, ja, kann man eigentlich sagen Riesen- oder XXL Unboxing Battle, oder? Und auf der rechten Seite haben wir von Topps die erste Champions League Serie von Topps, die es gab, 15, 16 und in meinen Augen war diese Champions League Serie eher ein Flop, ein Reinfall. Aber dafür war die 16, 17er umso geiler, aber die habe ich heute nicht. Wenn ihr nächstes Mal ein Unboxing, ein Triple Unboxing Battle sehen wollt mit allen diesen drei Champions League Serien, dann schreibt es mir unten in die Kommentare und lasst auf jeden Fall schon mal ein Däumchen nach oben, da ich würde sagen, wir schaffen hier heute auf dieses Video die 150 Likes, oder? Ja, Hashtag PacksArmy, schaffen wir, ich bin da guter Dinge und wir starten mit der ersten Runde. Champions League 14, 15, AXL. Erstes Tütchen, schauen wir rein. Und wir bekommen gleich mal den starken Katalanen Ivan Rakitic. Ist schon in Ordnung, Rakitic ist ein guter, kann man auf jeden Fall bestimmen zum besten Mann. Mohamed Salah hatte auch ein überragendes Jahr in der Serie A, aber Salah gegen, na, ich weiß nicht. Ömer Toprak, der fällt schon mal ganz raus, würde ich sagen. Yaya Toure ist in den letzten Jahren auch immer ein bisschen schwächer geworden. Na, aber, hmm, Dominguez und Nicolas Gaetan. Also, ich würde eher sagen noch, Yaya Toure fliegt hier auch schon raus. Ich schwanke zwischen Rakitic und Salah. Einige werden jetzt sagen Salah und einige werden sagen Rakitic. Leute, was machen wir? Komm, ich bleibe bei Ivan Rakitic. Ivan Rakitic gegen, das wird sich jetzt herausstellen, gegen Markus Rosenberg. Kann er auf jeden Fall das Ganze hier auf jeden Fall rocken. Kevin Trapp, ja, ist in Ordnung. Den haben wir jetzt hier noch. Oh, Schech habe ich hier schon gesehen. Patrick Schech schlägt definitiv Kevin Trapp, aber kann er auch Rakitic schlagen? Dann haben wir noch Antunis, hier Rosenberg hatten wir ja schon gehabt. Leverkusen, Salah Nuklu, man of the match. Aber meiner Meinung nach auch nicht besser als Schech, also kommt zur Seite. Und, ja, Sudani von Dynamo Zagreb kann, ja, als ich diesen Hintergrund schon gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, nee, das kann nicht ein besserer Spieler sein als Schech. Und das heißt, Rakitic gegen Patrick Schech, das erste Duell hier, das erste Champions-League-Duell im heutigen Unboxing-Battle. Und das ist wieder für mich sehr, sehr schwer. Aber aufgrund der jahrelangen Erfahrungen und Champions-League-Titel hat Schech geholt, ne? Mit Chelsea hat er Schech Champions-League-Titel geholt. Aber Barcelona's Rakitic, man, ich weiß nicht, man. Ich will, ich weiß nicht, wen ich jetzt hier bestimmen soll. Komm, ich sag, komm, ich sag, Patrick Schech. 0-1, Champions-League-15-16, ich weiß. Jetzt werden einige sagen, Rakitic war aber besser. Leute, das ist meine Meinung und ich, ihr habt's ja gesehen, es fällt mir schwer, da eine Entscheidung zu finden, weil ein Torhüter mit einem Mittelfeldspieler zu vergleichen, ist auch immer etwas schwieriger. Am besten halt immer Position gegen Position, das ist dann am einfachsten für mich. Aber das sind ja die normalen Unboxing-Battles auf meinem Kanal. Punkte-Unboxing-Battles gibt's ja auch, wo ich halt auf diese Stats achte. Gibt es auch auf meinem Kanal. Jetzt gehen wir erstmal rein in die zweite Runde und wir starten mit Filipe Melo. Pff, Atschpong oder so, Luisao, oh shit, Neymar, one to watch. Zeducator und Arkin Feef, ja, leichtes Spiel für mich natürlich. One to watch, Neymar, ein richtig geiler Spieler. Neymar zählt dazu den besten Spielern auf der Welt, also kann es eigentlich die Champions League Serie jetzt nicht schaffen, es sei denn Messi, Ronaldo oder irgendwie sowas. Kommt, Danilo, Pizzi, Matic, De Rossi und Naingolang, Antunes und Widerschech. Ja komm, ich sag mal einfach, Widerschech, obwohl ich hier sagen würde, Naingolang ist der Beste. Aber es ist vollkommen egal, wen ich nehme. Nämlich, Neymar wird den Punkt E mitnehmen und zack, boom, steht es nur noch eins zu eins. Und ihr seht auch mal, wie unterschiedlich groß die Karten sind, ne? Die Panini-Karten sind ein Stückchen größer, aber das wollen wir heute hier nicht rausfinden, sondern wir wollen ja rausfinden, welche Serie hier im Unboxing, im Champions League Unboxing Battle gewinnt. Dritte Runde, dritte Runde Champions League 14, 15. Drehen wir um, Mario Suarez von Atletico Madrid, Sebastian Kehl, die Dortmunder Legende, Marek Sochi, Ika Casillas, Blaise Matuidi und Lionel Messi, Peck, Luck ist da, Leute, Peck, Luck ist da. Also wenn wir jetzt hier nicht die 150 Likes schaffen, weiß ich auch nicht. Messi im Peck, Neymar im Peck, jetzt fehlt nur noch Suarez. Dann haben wir einen Dreiersturm von Barcelona, aber das ist ja zu heftig. Also jetzt kann nur Ronaldo Messi schlagen. Wir müssten Ronaldo kommen, willkommen, um es hier 1-2 aussehen zu lassen und nicht 2-1. Der Rea ist natürlich auch ne Wacht, ne Wacht, wollte ich sagen. Wie komme ich auf Wacht? Ne Macht natürlich. Edin Dzeko, Man of the Match, muss ich auch mal draußen liegen lassen. Marta Starspieler kommt weg, Bruno Martins Indy und Lars Stindl. Ne, 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 ne. De Gea oder Edin Dzeko, da sage ich De Gea. Aber, Leute, De Gea kann Messi nicht schlagen. De Gea kann Messi nicht schlagen und somit steht es 2-1 für die Panini Champions League Serie 5, 14, 15. Spiegel dreht. So einfach kann man hier ein Spielchen drehen, ne? Noch, also wenn jetzt diese Serie in den Punkt macht, hat die Serie schon gewonnen. Also, Tops muss sich anstrengen. Also, zumindestens der Booster. Markus Halstie von Malmö, Nick Viergever, Mario Fernandes, oh Bauerkarte. Das gibt's doch gar nicht. Messi Game Changer, was ist hier los? Was ist hier los? Messi Game Changer, Roberto Friminis und Anderlecht Logo. Das kann ja nicht wahr sein, Leute. Messi Master, Messi Game Changer. Ich weiß auch nicht, ne? Ich weiß auch nicht, was ich hier für ein Packlack habe. Das ist ja unnormal. Das ist ja unnormal. Vierte Runde, Tops Champions League, 15, 16. Starten wir mit Djurjic, Willian, Semekedira, Galatasaray, Wesley Snyder, Itzaki und Bönisch. Ich schwanke zwischen diesen dreien hier. Also, die ersten drei. Sneijder, Willian, Kedira ist aber auch wieder vollkommen egal. Ich nehme jetzt einfach mal Kedira. Weil Messi macht das Ding eh. Und somit steht es 3 zu 1 für die Panini Adrenaline XL Champions League Serie aus dem äh, aus dem vor, vor, vorletzten Jahr. Also, 14, 15. Kennt ihr ja hier. Mit Sneijder, Götze, Alexis haben wir jetzt hier auf den Booster. 14, 15. Und das heißt, ja, Tops hat schon mal verloren. Panini hat gewonnen. 3, 1 durch Neymar, Messi, Messi. Das hatten wir auch noch nie, oder? Und wenn wir jetzt wieder Messi bekommen, dann weiß ich auch nicht. Dann ist es schon ein Fall für den 5, 26er, würde ich sagen. Also, letzte Runde. Letzte Runde. Aber die AXL hat ja eh schon gewonnen. Aber trotzdem ist es natürlich interessant, ob sie jetzt 4 zu 1 gewinnt oder 3 zu 2. Juan Fran, Wendel, Chetju, oh, Marco Beratti. Auch ein überragender Mann. Julian Draxler und Adrian Silva. da schwank ich auch wieder zwischen 2 Spielern, nämlich zwischen Marco Beratti und Julian Draxler. Aber ich sag Draxler, ne? Bei Schalke war er auch schon gut und bei Paris ist er nochmal so richtig aufgegangen, in meinen Augen. Puh, wen kann ich da bestimmen? Wen sollte ich da bestimmen? Ich glaub aber, Marco Beratti ist doch noch ein Ticken vor Julian Draxler. Und deswegen sag ich Marco Beratti. Der ran darf gegen Ja, okay. Anjukov schlägt da locker weg. Marc-André Terstegen würde ich auch sagen. Hector Bellerin. Vanega und Krytjoviak. Lord Bendner aus vorbei. Tops hat gewonnen. Tops 15, 16 hat gewonnen. Wir haben den Lord gezogen. Und noch Toni Janschke. Ähm. Ja, ich schwanke zwischen den dreien. Ja, natürlich ist es auch mit Lord Bendner nur ein Spaß. Lord Bendner kommt weg. Also ich schwanke zwischen Terstegen und Bellerin. Das ist jetzt lustig, weil Bellerin im Gespräch war mit Barcelona. Wechselt er dahin? Wechselt er nicht dahin? Und so weiter und so fort. Und wer ist jetzt besser? Auch wenn ich Bellerin bestimmen sollte oder Terstegen. Beide würden es gegen Marco Beratti in meinen Augen nicht schaffen. Und ich sage einfach mal hier Rising Stars, Rising Star, Hector Bellerin. Aber er schafft es nicht. Und somit haben wir einen Endstand. 4 zu 1 für die Panini Adrenalin XL Serie 14, 15. Wenn ihr das Ganze nochmal sehen wollt oder ein Punkte-Unboxing-Battle oder ein Triple-Unboxing-Battle oder ein Quattro-Unboxing-Battle mit vier verschiedenen Champions League-Serien, dann schreibt mir das alles unten in die Kommentare. Ich bedanke mich jetzt hier fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst natürlich ein Däumchen nach oben da in der Mitte. Könnt ihr mich jetzt hier noch irgendwo abonnieren rechts daneben findet ihr die letzten zwei Videos von mir. Leute, kostenlos abonnieren natürlich. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du in die Pex Army kommst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.